Was ist ein Grafik-Schiebsatz? Ein Grafik-Schiebsatz bezieht sich auf den Aufbau der Leiterplatte, die eine Grafikkarte mit Strom versorgt. Eine Grafikkarte ist das Gerät in einem Computer, das Grafiksignale vom Motorboard interpretiert und an den Monitor sendet, der an die Grafikkarte angeschlossen ist. Bei einer Grafikkarte ist der Schiebsatz das flache Leiterplattenteil, das an den Grafikanschlüssen angebracht ist, die Bilder an den Computermonitor senden. Der Bild des Schiebsatzes wird normalerweise anhand seiner Modellnummer und seines Herstellers identifiziert. Grafik-Schiebsatz-Designs können so gestaltet werden, dass sie viele Anforderungen an Qualität und Eingangsstecker-Optionen erfüllen. Einige Grafikkarten können unterschiedliche Bilder auf mehreren angeschlossenen Monitoren ausgeben, während andere für dreidimensionale, 3D-Grafiken für Filme und Spiele ausgelegt sind. Zu den Herstellern von Grafikkriebsätzen für Grafikkarten zählen Intel, Nvidia und Advanced Micro Devices, Amt. In Systemen, die für die Verarbeitung von Hochleistungsgrafiken entwickelt wurden, kann eine Grafikkarte mit einem großen Schiebsatz, der mit einem eigenen Lüfter ausgestattet ist, aufwendig sein, um die heiße Luft von der Grafikkarte wegzuleiten. Sowohl interne als auch externe Grafikkarten benötigen einen Grafikkriebsatz. Eine externe Grafikkarte wird häufig über USB, Universal Serial Bus, oder Bluetooth angeschlossen, reagiert jedoch möglicherweise langsamer als eine integrierte Grafikkarte. Externe Grafikkriebsatz-Designs erfordern normalerweise weniger Kühlung, da sie nicht mit anderer heißer Hardware im Gehäuse untergebracht sind. Für interne und externe Grafikkarten ist ein Treiber erforderlich, der für den richtigen Grafikkriebsatz zum Ausführen des Geräts entwickelt wurde. Je fortgeschrittener eine Grafikkarte ist, desto mehr Systemressourcen benötigt sie, um zu funktionieren. Um zu verhindern, dass die Ressourcenanforderungen einer Grafikkarte das System überfordern, sind einige Grafikkarten mit eigenen RAM-Karten, Random Access Memory, ausgestattet, um den Grafikfunktionen des Computers einen Geschwindigkeits- und Qualitätsschub zu verleihen. Auf Computersystemen mit eingeschränktem aufrüstbaren RAM kann ein Grafikkriebsatz mit integriertem RAM-Optionen für Grafikkarten mit höherer Qualität eröffnen, auch auf einem älteren System. Einige grundlegende Computer-Setups enthalten den Grafikkriebsatz als Teil des Motorboards. Das Motorboard ist der Hauptprozessor-Chieb, der die Computerbefehle verarbeitet. Es ist im Allgemeinen der größte Chiebsatz in einem Computer und enthält die Hauptcomputereinheit, CPU, die die Befehle verarbeitet, die über die Hauptplatine des Computers gesendet werden. Auf Systemen mit Grafikkarten, die in das Motorboard eingebaut sind, sind häufig auch die Audio-Funktionen des Computers als Teil des Motorboards enthalten. Onboard Motorboard gebundene Grafikkarten können nicht entfernt werden, wenn sie ersetzt werden. Sie können jedoch deaktiviert werden, um eine neue Grafikkarte zu installieren.